vom Oktoberfest. Also wir stehen hier jetzt gerade an der Wegkreuzung und da geht es links nach Langecksee, was immer der See auch sein mag. Rechts geht es zur Neubahnhütte, hört sich auch interessant an. Vorwärts geht es zum Neuweiler Eck. Mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Also haben wir uns entschlossen, jetzt gehen wir doch zuerst mal zum See. Ja gestern war ich ein bisschen seltsam drauf irgendwie. Ich war in der Früh im Vormittag noch in meiner Werkstatt. Um 13 Uhr dann dachte ich, Mensch, bei dem tollen Wetter, jetzt gehe ich noch raus. Ja, wenn ihr ins Auto wollt schon losfahren, dann dachte ich, ich bin so müde und lasch und so. Und dann bin ich doch nach Hause gefahren. Und dann war ich nur auf der Couch, habe gedöst und Videos geguckt. Total, ich weiß nicht, lustlos kann man gar nicht sagen, weil ich habe immer das gute Wetter draußen gesehen, aber einfach keine Kraft gehabt. Vielleicht war das ja die Frühlingsmüdigkeit die Berühmte. Jetzt sind wir gerade auf jemanden getroffen, der hat uns erzählt, dass hier gleich der See ist und dass es hier wunderschön sei. Und tatsächlich, hier mitten im Wald, wow, das sieht ja klasse aus. Das ist ja toll, mittendrin. Das ist unglaublich, auf was man immer beim Filmen so achten muss. Da hätte ich jetzt im Moment gar nicht dran gedacht. Jetzt habe ich heute meine Lederjacke hier an und natürlich die knarrt die ganze Zeit und jetzt habe ich es natürlich immer auf dem Film mit drauf. Sogar doch das ist ja, ich hab noch nichts Folgen gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020